Musik So eine einfache Geschichte, kriegt es auch eine Lockerheit in den Mund. Das ist ein ähnlicher Buchstum, also... Genau, hier geht es so rüber. Und so weiter. Es sind zwei entscheidende Sachen. Es ist einmal dieses beim Runtergehen dünner werden. Einfach Druck wegnehmen oder drehen. Ich habe sowieso wenig Druck. Diese Drehbewegung zu üben ist toll. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Ja, ja. Schnell, langsam, alles beherrschen. Alles zu seiner Zeit. Das ist meine Hügel. Und so weit kann ich gehen. Ja. So, größer Schein ist einfacher. Die Loredana Ziga aus Slowenien, bisschen verrückt. Die macht den Strich nicht nur so weit, sondern die macht ihn so weit. Echt? Also nicht so. Die waren so, sondern die... Die zieht ihn durch. ... 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 Ich bin immer vor mir. Ich mach immer nur geraten. Ich bin immer vor! ... Nein! Ich bin immer vor. Wie soll es sein? Ich bin immer vor. Oh, mein Gott. Ich bin immer vor. Ich bin immer vor. Ein E ist wichtig, nicht so rauszugehen, sondern diese Bewegungsrichtung als Hauptbewegungsrichtung mitzumachen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wenn ihr es schon hier oben seht, dann sieht man es auf dem Bauch. Das kriegen wir hin, oder? So ein Jeans muss ich da noch eine haben. So ein Jeans muss ich gereden! So ein Jeans muss ich da noch eine Chance nicht mehr. Untertitelung des ZDF, 2020